Liebe Freunde, der Glaube macht es möglich, wenn wir jetzt das letzte und vorletzte Mal über diese Thematik gesprochen haben, die dem Apostel Paulus offenbart worden ist, über die Entrückung und über die Auferstehung der Entschlafenen in Christus. Da haben wir gesagt, das ist eine lebendige Hoffnung, die uns gegeben ist. Und wir haben auch gesagt, dass das eine Gewissheit ist, ein Wort von Gott, also nicht irgendetwas. Und das Dritte, was ich jetzt heute sagen würde, ist, der Glaube macht es möglich, nur der Glaubensweg ist sicher. Und da schreibt der Apostel, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, Ja, so wird Gott auch die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen und später, Vers 14 war das, dann Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die noch übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen. Und also werden wir sein bei dem Herrn alle Zeit. Der Glaube macht es möglich. Der Tod und die Auferstehung Jesu, das ganze vollbrachte Werk unseres Herrn Jesus der Erlösung ist so vollkommen, so allumfänglich und so allgenügsam, dass es von unserer Seite her nichts anderes mehr braucht als Glauben. In Glauben eigne ich mir dieses wunderbare Werk des Herrn Jesus Christus an. Also, das ist doch die beste Entscheidung, die man treffen kann. Es gibt ja wichtige Entscheidungen, Lebensentscheidungen, Berufsentscheidungen, Studiumentscheidungen, Eheentscheidungen, Hochzeit, Heirat, das ist alles wichtig. Aber die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch im Leben treffen kann, ist die Glaubensentscheidung für Jesus Christus. Und darum wiederhole ich noch einmal, denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen in gleicher Art und Weise und mit ihm leben in der Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Tag.